Das Kurhotel Royal Regent begrüsst Sie im Zentrum von Karlsbad, nur 60 Meter von der Gartenkolonnade und den Dvorschachgärten entfernt. Die Mühlbrunnkolonnade und ihre sechs Thermalquellen sind etwa 300 Meter vom Hotel gelegen. Dieses siebenstöckige Hotel verfügt über verschiedene Zimmerkategorien, vom klassischen Zweibettzimmer bis zum Apartment mit Balkon. Außer den Apartments verfügen nicht alle Zimmer über einem Balkon, aber sie haben alle einen Kühlschrank mit Minibar, Safe, Haartrockner und Bademantel mit Hausschuhen. Die Gäste können dreimal täglich in Buffetform speisen und es gibt immer eine Auswahl an Diätgerichten sowie frischem Obst und Saisongemüse. Das Royal Regent verfügt über eine eigene Kurabteilung auf einer Etage, was sehr praktisch ist, denn sie hat Zugang zum Thermalwasser für die meisten Kuranwendungen. Neben den traditionellen Karlsbadermethoden, die sich auf die Heilung des Magen-Darm-Trakts und die Stärkung des gesamten Körpers konzentrieren, bietet man hier auch Rehabilitationsbehandlungen mit Red Cord Geräten, welche nach Operationen oder bei Verletzungen des Bewegungsapparats angewendet werden. Einige Erkrankungen des Nervensystems werden hier mit dem EEG Biofeedback Gerät behandelt. Eine Neuheit ist die Hyperbar Kammer, die bei der Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt wird. Das Royal Regent verfügt auch über eine hervorragende diagnostische Abteilung und sehr erfahrenes medizinisches Personal. In ihrer Freizeit können die Gäste im hoteleigenen Restaurant mit Sommerterrasse Livemusik geniessen, einen Drink an der Bar beim Swimmingpool nehmen oder sich im Whirlpool und in einer der Saunen entspannen. Es gibt im Hotel auch einen Schönheitssalon, einen Fitnessraum und Massageangebote. Buchen Sie das Royal Regent auf sanatoriums.com und entspannen Sie sich in aller Ruhe.